schönen guten tag liebe zuschauende wir wollen uns heute mit einer berühmten frau befassen und wir sind dr marlen schachinger die stadt schreiberin von magdeburg seit märz bereits und mein name ist jacqueline bröseke ich bin geschäftsführerin des frauenzentrums courage und volksbad buckau wir wollen uns heute mit dem thema befassen was letztendlich auch in der gesellschaft immer präsent ist seit vielen jahren und was sie man war schon in den 40er jahren beschrieben hat als philosophin und autoren und wir versuchen uns ein bisschen auf ihr leben zu fokussieren auch auf das was sie geschrieben hat und zu schauen wie die heutige gesellschaft mit dem thema umgeht wie heutige männer frauen und alles was dazwischen ist sich mit diesen themen auseinandersetzen was heute noch wichtig ist und was heute noch relevant und ja präsent ist in unserem leben also in dem was wir alle leben und simone bobo hat ja ein wichtiges werk geschrieben und viele kennen sie wahrscheinlich auch nur mit unter dieser überschrift sehr viele wichtige werke geschrieben aber das war eben diese bibel der klassiker oder auch eine offenbarung für viele und das ist quasi auch ein buch was die gesamte gesellschaft und auch viele nachkommenden generationen bewegt und beschäftigt hat und damit wollen wir uns auch heute ja näher befassen liebe marlen du hast ja schon mehr darüber publiziert jedenfalls mehr als ich gelesen habe ich habe es in den 90er jahren anfang der 90er jahre angefangen zu lesen ich habe es aber nicht zu ende gelesen auch weil ich selber mit dem thema ganz aktiv beschäftigt war ich hatte gerade mit vielen mitstreiterinnen die fraueninitiative gegründet und wir wollten vor allen dingen auch mit diesem verein und mit dem frauenzentrum das tun was eben auch in diesem buch beschrieben wird wir wollten und wollen noch wir sind ja immer noch aktiv und seit 30 jahren auch uns dafür einsetzen dass frauen nicht länger diskriminiert werden dass frauen gleiche rechte und gleiche chancen bekommen und schauen was wir dazu tun und beitragen können insofern war ich gerade auch ganz aktiv im gründen und finden also erstmal finden eines ortes das frauenzentrum und schauen was wir dort machen können wie wir die frauen unterstützen können und ja was unsere inhalte sein können und ich habe das buch in der tat nicht zu ende gelesen weil ich irgendwie hier beschäftigt war und gar nicht viel zeit hatte zum lesen man hat immer mal was angelesen arcade millet ach ja die muss auch lesen und so weiter und da waren viele frauen die natürlich als schriftstellerinnen für uns in der ddr geborene und gelebte menschen wichtig waren und auf die wir gar keinen zugriff hatten also das andere geschlecht oder das zweite geschlecht so wie es im original hieß das haben zu ddr zeiten gar nicht heraus ich meine zu wissen dass es in 89 vielleicht verlegt worden ist in der ddr aber wir hatten keinen zugriff auf dieses buch und und wer dann nicht irgendwie jemand hatte der ein bücher schickt aus dem nicht sozialistischen ausland der war dann aufgeschmissen sozusagen aber du kommst aus österreich und du hattest eine andere geschichte und hast auch anders mit dem thema befasst erzähl doch mal was du da also ich muss vielleicht ein bisschen vor schicken ich wurde 1970 geboren und wuchs auf in einem ruralen umfeld in einer der katholischen familie besuchte auch eine kloster schule als ich dann 89 an die universität wien kam und vergleichende literaturwissenschaft studierte und die frage eben im raum stand zu welchem thema ich denn meine diplomarbeit schreiben möchte sollte oder wie auch immer traf mein vorschlag über die expatriates in paris in den 1920er jahren zu schreiben also tuner parents und ähnliche nicht so ganz auf ein wohlwollendes echo bei meinem späteren doktorvater sondern er kam und meinte ach für dich dünkt mir george elliott stimmig ja und wenn nicht george elliott dann simon de beauvoir ah ok die wurde schon genannt immerhin wurde genannt und wir steckten das thema ab es war ein literaturwissenschaftliches thema das heißt es ging um die mein vorschlag er kam mir mit das andere geschlecht und ich schlug vor naja aber was mich interessiert das schreiben ja also die die entwicklung eines deals im laufe eines autorinnenlebens und er hat danach gegeben mich auf diesen teilbereich dieses teilsegment quasi dem arbeiten lassen aber natürlich war dann lektüre quasi von den ersten publikationen bis zu den letzten und für mich war es eine offenbarung und du hast ja auch alle gelesen diese ganze publikation die sie herausgebracht hat ja für mich war es wirklich so ein ein riesen aha und zwar vor allem die autobiografischen schriften die ich weitaus spannende fand als die romane ganz direkt das glaube ich dir und auch das andere geschlecht und zwar weil ich zu dem zeitpunkt ich war bereits mutter ich hatte zwei kleine kinder ich war alleinerziehend mit den beiden und ich habe das gefühl irgendwie da steht auf jeder seite womit ich kämpfe ein alltag ja und es war wirklich so ein moment also da hat jemand schon mal und zwar vor 30 jahren 50 jahren fast war das oder mehr als 50 jahre davor darüber nachgedacht und hat diverse wege aufgezeigt wie es doch gehen kann ja und als ich mich jetzt vorbereitet auf unser gespräch und das noch einmal las das andere geschlecht war wieder das gleiche in dieser re lektüre was mich so frappierte waren diese themen sind absolut aktuell das ist schockierend das ist frustrierend auch wenn man sagt dass ich von 1949 sie bezieht sich dann auch auf den ersten auf die erste frauenbewegung um 1900 dass sich seit über 120 jahren vieles nicht geändert hat es noch immer nicht um eine begegnung zwischen zweier menschen geht und es geht um mann frau es geht um schubladen es geht um zu ordnungen es geht um kategorien es geht bei einem gemessen werden an normen in einer gesellschaft und wenn man die nicht erfüllt läuft man ständig gegen sie an und wird ständig an denen reguliert und zurechtgewiesen und muss kämpfen und muss kämpfen ja oder die verweigerung der augenhöhe in einem arbeitsverhältnis aber auch in einem privaten verhältnis mit einem mann ist in der literatur im literarischen feld ist das alltag permanent noch immer um diese augenhöhe werden müssen ja und das fand ich zum einen der frustrierend muss ich jetzt sagen dass letzte woche eben wieder zur hand nahm und auf der anderen seite aber auch ungemein erhellen ja und sie hat ja nicht mal als feministin sozusagen dieses buch geschrieben die hat sich ja erst mal als sozialistin vor allen dingen beschrieben und hat ja später eigentlich erst in den 70er jahren als diese frauenbewegung diese zweite dritte frauenbewegung sich dann gründete und sie auch kontaktiert hat und gefragt hat möchtest du uns unterstützen wir brauchen die ich wir brauchen deine expertise hat sie ja dann auch gesagt ja ihr könnt auf mich zählen in der tat und bis dahin hatte sie aber schon eigentlich auch probleme er mit dieser mit mit diesen themen im sinne von dass sie ja zum beispiel auch sich nicht als als philosophin unbedingt sehen wollte am anfang ja sie hat ja das auch gesagt ja ich unterrichte zwar philosophie aber ich würde mich jetzt nicht als philosophin großartig beschreiben weil ich nie ein großes werk herausgebracht habe also schon da hat sie ja auch obwohl sie ja sehr fortschrittlich war für ihre zeit gesagt naja ich hab da noch nicht so viel geleistet aber ich denke da greift sie zu kurz und vielleicht hat es auch damit zu tun wenn frauen in einem denkprozess stecken in ihrer zeit stecken dass sie sehr häufig dazu tendieren ein bisschen so das licht unter den schäfer zu stellen ja und eigentlich erst dieses was sie geleistet hat auch als philosophin ja wir eigentlich erst ermessen ja ja und ich meine denn philosophie heißt das menschsein zu thematisieren dem nachzuforschen was denn das bedeutet menschen in dieser welt zu sein dann ist sie eine philosophin da brauchen wir das gar nicht irgendwie in abrede stellen oder diskutieren das stimmt ja das denke ich auch aber ich denke vor allen dingen auch dass sie das vielleicht im background von sartre auch gesagt hat ja weil vielleicht auch ja nicht nur vielleicht sondern vor allen dingen weil die männer ja damals die großen philosophen waren und auch gehypt wurden als philosophen und dass sie dann einfach auch dachte naja ich als frau bin da erst mal die zweite riege obwohl ja ihre ihre abschluss ihr abschluss also als in der prüfung so wie ich das gelesen habe wäre ja eigentlich hätte sie ja eigentlich den ersten platz bekommen und nicht sartre wenn es danach gegangen wäre was sie geleistet hat und was sie als philosophin dargeboten hat in ihrer abschlussarbeit aber gut das ist natürlich dann auch wieder wir müssen diesen mann nehmen weil der ist ja auch schon einmal durchgefallen gewesen und das können wir dem jetzt auch nicht mal antun dass wir den auf den zweiten platz setzen aber gut da gibt es ja viel was in ihrem leben passiert ist sie hat ja sich auch sie hat ja quasi eine eine ganze ära von frauen beschäftigt mit mit dem was sie geschrieben hat alle die danach nach dem zweiten geschlecht kamen geboren sind und die in entferntester weise etwas davon mitbekommen haben die haben sich darauf berufen und es ist ja auch eine ein ein ausgangswerk quasi gewesen für die gender und geschlechterforschung heutzutage ist das ja auch wieder in frage gestellt also diese unterstützung dafür zu geben und das zu fördern dass das sein muss und wenn wir jetzt beim thema heutzutage sind dann ist es natürlich die frage was schon anklingen lassen warum es ist 49 geschrieben das werk es sind jetzt 70 jahre darüber hinweg gegangen und es ist nach wie vor präsent wie du gerade sagt es mit dem nochmaligen lesen warum ändert sich in der gesellschaft da so langsam und so wenig was also ich glaube ich meine auch viele frauen zu kennen die sagen das hätte ich schreiben können das könnte ich unterschreiben das ist mein alltag das ist mein leben was diese frau da aufgeschrieben hat ohne zu wissen dass es so weitergeht und dass die gesellschaft sich da eigentlich nur millimeter nanomillimeter fortbewegt und ich frage mich warum wenn man das alles weiß so ist es ja eigentlich in der wissenschaft man weiß was und das ist nicht gut und man würde das jetzt ändern ja wie warum ändert sich da so wenig was denkst du ich meine simon de Beauvoir gibt ihr da sehr klare antworten auf diese frage zum einen sagt sie es liegt an den frauen und zum anderen sagt sie es liegt an den männern ich denke dass diese mitschuld die für sie ein ganz wesentliche erkenntnis war dieses mittragen der verhältnisse durch die frauen lässt sich relativ leicht beantworten also sie exemplifiziert dann eben als intellektuelle sei es noch umso schwieriger ja in dieser auf der einen seite eben im arbeitsbereich auf gleichwertigkeit zu drängen auf der anderen seite aber ist jeder mensch natürlich auch auf einer suche nach anerkennung nach zuneigung lebt ist ein soziales wesen lebt in beziehungen braucht diese ganz nötig und sobald die aber in den raum kommen ist immer die gesellschaft auch ein mitspieler das heißt diese sehnsucht nach anerkennung nach zuneigung nach liebe bewirkt immer wieder dass sie zurückfallen in so ein weibliches gehabe und simon de bourgeois sagt das funktioniert nicht ja und sie hat ganz recht auch wie sie das aufzeigt ja sie wählt ungemein brutale worte wenn sie sagt das was der mann will ist eine beute und eine frau die erobern will eine frau die in ihrer sexualität eben auch eine männliche position einnimmt muss scheitern muss in ihren beziehungen scheitern kann nicht funktionieren die geht dann weiter und sagt quasi so wenn diese beziehungen aber so unmöglich sind was bleibt dann dann bleibt eigentlich nur eine beziehungslosigkeit die ist aber auch keine lösung ja also es dreht sich quasi und das sind aber genau die kämpfe die wir heute auch noch immer haben ja oder wo sie sagt wenn männer endlich mal bereit wären einer frau auf augenhöhe zu begegnen und nicht eine sklavin zu suchen ja und sie räumt dann ein es gibt einige wenige ausnahmen so quasi ja die weder ein problem haben mit ihrer männlichkeit noch mit ihrer arroganz solange das nicht gegeben ist dass sie dieses nicht die sklavin suchen nicht die beute die sie erlegen müssen und sei es auch nur im bett was ich aber nie separieren lässt ja vom alltag dann kann eine beziehung nicht funktionieren und ich denke das ist auch ein ein teil aspekt mit dem wir gegenwärtig gesellschaftlich ganz ganz ungemein zu kämpfen haben denn wenn sich und dafür verpflichtet sich ja auch mit dem geschlechterfrage ganz wunderbar eben die wirtschaft ja und wenn die männlichkeit wenn männer rollen in frage gestellt sind wenn sie sich in ihrer männlichkeit verunsichert fühlen dann reagieren sie eben umso arroganter meine junge feministinnen sagen heute ach der hat ein problem mit seinem y-chromosom ist eine andere formulierung für das genau was bei simon de Beauvoir steht also ich habe ja in den letzten 30 jahren auch viel erlebt gerade was die emanzipation von frauen von jungen frauen auch betrifft ja und es ist natürlich sehr schwierig den frauen den jungen frauen mit auf den weg zu geben du kommst irgendwann noch an eine gläserne decke oder du wirst irgendwann noch merken dass du nicht die gleichen möglichkeiten hast in dem moment wo sie fertig sind mit dem studium ja spielt das alles keine rolle ja aber ich habe in den letzten jahren auch vermehrt frauen wieder getroffen die mir gesagt haben du was du damals gesagt hast das habe ich nicht für möglich gehalten aber genau das ist mir jetzt passiert und ich weiß jetzt was es bedeutet und jetzt kann ich ermessen was es bedeutet ja und letztendlich ist es natürlich auch so dass jede ihr leben mit dem mann und mit dem menschen leben will den sie liebt und den sie auserkoren hat ja und satra und beauvoir haben ja beide auch quasi was neues ausprobiert diesen tag den sie geschlossen haben gemeinsam da war sie ja gerade 20 oder 21 so ja also auch ihre erste große beziehung und sie wusste aber immerhin damals schon dass sie sie kommt ja aus einem bürgerlichen haus ja ihr ihr ihre chance war im prinzip dass ihr vater ihr ja keine mitgift weil er es verballert hat spekulationen oder was auch immer mitgift mitgeben konnte und da sie schon wusste sie wird arbeiten müssen sie wird ihr eigenes geld verdienen müssen gott sei dank ist das passiert muss man sagen ja also da hat er in diesem sinne direkt mal was gutes getan wie das mit ihrer schwester elaine dann gekommen ist weiß ich gar nicht so recht aber die beiden mussten also für sich sorgen und durften deswegen einer durften deswegen studieren durften einer arbeit nachgehen also das was jetzt frauen sowieso machen und auch können aber sie hat es als chance gesehen damals was ja vielleicht viele andere frauen nicht gesehen haben oder wollten aus bürgerlichem hause aber sie hat es als chance begriffen und wollte genau dass sie wollte selbstständig sein sie wollte ihr eigenes geld verdienen auf eigenen füßen stehen und ist deswegen mit 20 diesen pack mit satra eingegangen das war eigentlich wirklich schon was ganz besonderes wenn man so will ja so eine beziehung leben zu wollen ohne zu wissen wie es geht und ob es geht aber das ist genau wahrscheinlich die herausforderung für die jungen frauen heute ja das was du gerade sagt ist auf augenhöhe sich begegnen und schauen wie komme ich mit meiner beziehung mit dem was die die gesellschaft an mich als frau für anforderungen und für herausforderungen stellt dahin mit mir selber wie komme ich mit mir selber auch klar ja oder auch eben mit dem was man selber ja auch mit bringt aus der eigenen kindert aus der eigenen vergangenheit an prägungen die sich eingeschrieben haben ja man kann mit 20 beschließen so will ich nicht leben und trägt es ja trotzdem natürlich ja und das ist etwas wo ich manchmal den eindruck habe ich meine tochter die ist jetzt ende 20 ja die ältere von den beiden und ich sehe dass in der generation schon noch mal dass die augenhöhe in der theorie hat ein häckchen aber in der praxis ist noch mal schwierig oder die die generation davor die diese position vertrat ach feminismus ist doch gegessen brauchen wir doch nicht ja gleichheit haben wir ja gleich als haben wir ja da kann man doch einklagen vor uns fast schon ach ich war schon seine händen und jetzt bleibe ich mal zu hause ja und ups ja ist aber jetzt was schief gelaufen ja ja also in der in der partnerschaft oder in der beziehung ist das ja die situation ist es ja für die frauen auch die situation sie müssen an dieser beziehung arbeiten sie müssen die männer herausfordern sich zu ändern weil es ja auch ist auch klar ist nachvollziehbar oder ich meine wenn ich die männliche position hätte quasi irgendwie ich kann mich auf jahrhunderte geistesgeschichte berufen ich von klein auf wird mir gesagt der große sowieso und der große sowieso und der tolle sowieso ich habe das alles im gebäck mit mir es ist klar dass ich berufstätig bin dass ich die brötchen am tisch bringen dann habe ich höchstens eine krise wenn man gehalten nicht mehr ausreicht um eine familie zu ernähren ja und genau der situation sind wir ja jetzt in europa das für viele in unserer gesellschaft das nicht mehr möglich der männer ja und den riesen problem haben mit ihrer männlichkeit weil es hinten und vorne nicht reicht weil sie nicht mehr so leben können wie ihre großväter nicht ihre väter weil sie eigentlich das gerne würden auch keine zukunft für sich sehen auch keine vorbilder haben weitergeht ja und dann mit aggression reagieren dass dieser zulauf zum beispiel den gerade irgendwie ein rechtes gedankengut hat den bestimmte für mein gefühl ungemein überkommene mann frau bildet war geschlechterbilder und geschlecht sprechen ja ja einfach menschsein sprechen können was ich weitaus mehr vorziehen würde ich kann es nachvollziehen ja ja und es ist ja auch wenn man sich die welt anschaut bisher keine gesellschaft davor gefeit das auch weiter zu tragen also es ist auch in der ddr sie war ja sozialistin sie hat das später auch noch mal berichtigt das ist auch glaubte es käme ja 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 mit 80 hat sie dann gesagt nö also ich habe mich geirrt war nicht leider ja wir haben zwar in den teilen die gleichberechtigung gehabt ja durch die erwerbsarbeit der frauen und damit auch die finanzielle und ökonomische unabhängigkeit aber die andere beziehungsgeschichte die beziehungssache diese dreifach belastung dieser private rahmen der war ja nicht frei davon ja und daran kann man es messen ja wie die entwicklung der männer ist auch die eben diese rolle einfach beibehalten wollen ja weil es bequem ist und weil es ein bequemes leben garantiert ja ich meine simon depot war geht ja dem auch ein bisschen nach weil sie da und das war damals als junge frau für mich sehr sehr interessant diese überforderung alles quasi abdecken zu müssen also genau die situation in der ich steckte ja also mutter zu sein mutter zu sein sein wollte ja gleichzeitig eben auch berufstätig und zwar voll berufstätig eigentlich doppelt berufstätig weil als künstlerin am anfang da fließt nicht so viel geld das braucht nur viel zeit ja und all das irgendwie unter einen hut zu bringen und dann vielleicht auch noch eine beziehung zu wollen die ja nicht irgendwie den den normen der gesellschaft entspricht also da hat man dann schon ganz schön zu kämpfen aber die die lösung die simon depot war vorschlägt die kam damals schon für mich nicht in frage und kommt auch heute für mich nicht in frage denn die lautet ja kriegt halt keine kinder ja solange quasi irgendwie die welt so ist wie sie ist kriegt halt keine kinder das leuchtet mir damals schon nicht wirklich ein da war ich dann zu wieder postig und moment ja erstens habe ich schon welche und zweitens dann muss ich halt die gesellschaft ändern wenn es so nicht geht ja und das ist aber etwas wo ich mir denke das ist noch immer eine baustelle die jungen kolleginnen von mir die sprechen von care arbeit die versuchen das zu thematisieren und da hat sie eigentlich nicht wirklich irgendeine andere idee außer tut es halt nicht ja sie hat es nicht gelebt ja sie hat es also quasi wie hat es anders gemacht und zwar als eine der ersten die überhaupt sich überlegt haben wie führe ich eine andere beziehung die pannen bleibt ja sie hat ja auch mehrere affären mehrere beziehungen gehabt mit männern und mit frauen und hat trotzdem hat er immer als ewige als ewigen partner auch wahrgenommen und er sie ja auch bis zu seinem tod auch und dass wenn ich das jetzt so schaue wie viele in meinem freundeskreis so sich getrennt haben kinder gemeinsam erziehen wir reden von patchwork familien in dem sinne wir reden aber auch von regenbogen familien also auch lesben und schwule erziehen kinder gemeinsam dann gibt es ja schon eine art ja wir suchen nach anderen wegen und nach anderen möglichkeiten aber nach wie vor ist es so dass nun mal die frauen kinder gebären und damit auch immer oft einhergeht ja diese bindung ist da und deswegen lastet auf frauen eben die anerzogene oder soziale her und pflegearbeit erziehungsarbeit gerade jetzt in der zeit der pandemie wo es noch mal ganz klar und ganz deutlich wurde dass die frauen mit den kindern zu hause die schulaufgaben machen und zu hause bleiben aber das müsste nicht sein das müsste überhaupt nicht sein das stimmt und der hintergrund auf der und auf den verweist auch simon de beauvoir ist dass frauen reduziert werden auf ihre ovarien auf ihre vagina weil das natürlich das ist was aus männlicher perspektive das interessantere ist ja also man reduziert sie auf ihre sexuelle funktion und damit sind wir dann quasi wieder bei dem der mann ist das subjekt die frau ist das objekt sie ist das andere die ist das nicht sein und wenn die zwei aufeinander treffen ist ein mit sein nie möglich ja und das ist ein nach wie vor ungelöstes problem ich habe die aktuellen zahlen jetzt natürlich nicht im kopf aber ich meine die 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 männer die karenz machen auch unter den jungen jetzt ja die in die zu hause bleiben bei den kindern ist minimal das ist ein bruchteil also unser ganzes wirtschaftssystem steht eigentlich noch immer entgegen es steht auch eine faulheit dem entgegen es steht auf seite der frau und da finde ich das schon sehr wichtig dass simon de beauvoir auch immer diese mitverantwortung ja ich glaube das ist ganz ganz entscheidendes dieser diese bequemlichkeit entgegen ja weil es natürlich immer einfacher ist auf einem vertrauten weg der schon ein bisschen ausgetreten ist da kann man hinten nach toten ja ich muss man nicht ständig jeden tag neu überlegen okay wie sehe ich die welt und wie mache ich den nächsten tag und das nächste jahr und wie löse ich diese schwierigkeiten wenn ich einfach nachfolge was generationen von mir schon gemacht haben ja das ist natürlich weitaus anstrengender aber ich glaube wenn wir wollen dass wir einander wirklich mal auf einer augenhöhe begegnen und dass von einem menschsein sprechen können dann bleibt uns nichts anderes übrig also mit uns wirklich hinsetzen und sagen okay mal zu überlegen ja und sie hat ja auch ganz klar gesagt also die dass die befreiung der frau oder die freiheit der frau und der kampf darum auch nur ein kollektiver kampf sein kann das heißt sie hat schon ganz klar die männer auch aufgefordert diesen kampf mitzuführen und sich zu hinterfragen und hinterfragen zu lassen und nicht immer nur dagegen zu halten ich meine da würde ich jetzt noch ergänzen kampf ist das eine auf der anderen seite es profitieren auch beide davon davon bin ich überzeugt also jetzt ansehe ich mein mein sohn wird im bälde vater ja und das ist eine ganz anders sich einbringen in eine vaterschaft wenn ich auf einer augenhöhe lebe in einer beziehung als wenn ich halt derjenige bin der irgendwie vorher ja das geldtun herangeschafft hat dann den samen bereitgestellt hat dann irgendwie sich verdünnisiert in berufskontexte weil ja das kind bläht zu hause die frau ist genervt meine arbeit ist wichtig bringe die brötchen am tisch und jetzt haben wir keine beziehung mehr ja was machen wir wir trennen uns ich meine ja das ist im moment das gängige ja genau ja und dass es nicht funktioniert sehen wir sehen es an den kindern der gesellschaft wir sehen es an uns selbst es ist ja unbefriedigend ja also machen wir es doch anders ja aber wie also wenn man nicht lesbisch dann gerade ist oder schwul oder bisexuell ja genau ich kann ja aus meinem nähkästchen plaudern ich habe diese diese probleme nicht mich mit einem mann arrangieren zu müssen der nicht mein leben auf gleicher augenhöhe sieht ja nicht das will was ich mir von meinem leben vorstelle und wo ich dann immer kämpfen und agitieren muss aber das rührt eigentlich nur daher dass zwei frauen oder zwei männer eben nicht diese tradierte rollen rolle leben können es sei denn man schreibt es sich ganz klar zu du bist der mann in unserer beziehung ich bin die frau wenn zwei frauen aufeinander stoßen oder wenn zwei männer aufeinander stoßen und gemeinsam leben wollen dann ist da was gleiches da und dann müssen die jeden tag nur aushandeln okay wer bringt jetzt das auto in die werkstatt oder wer macht den abwasch oder wer kauft ein also es ist nicht da was schon vorher jahrhunderte und jahrtausend lang so gemacht wurde das ist das gute ja aber nach wie vor ist natürlich diese lebensform und diese lebensweise die sie ja auch also sie war ja bisexuell und hat das aber auch nie thematisiert sie hatte ja auch viele liebhaberinnen auch schülerinnen und sie sie hat das thema ausgeklammert ich weiß nicht warum aber ich vermute es war jetzt viel das auch noch mit auf das auf den tagen nein also sie hat es nicht ganz ausgeklammert in den den romanen kommt das vor und zwar in den romanen ja 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 also die eingeladen ist genau so eine dreiecksbeziehung zwei frauen ein mann wie gestaltet sich das wie entwickelt sich das es ist auch in das andere geschlecht nicht ganz aus thematisiert hat es schon aber nicht für sich sie sie selbst hat das für sich so nicht gesehen also habe ich den eindruck also sie hat ihre eigene bisexualität ja zwar gelebt aber sie hat das nicht politisch behandelt also als roman ja aber mit dem hintergrund das bin ich oder das ist auch meine geschichte das könnte man zwar rauslesen enthalten würde ich schon sagen ja also es gibt ein zitat ich habe das da irgendwie notiert und da finde ich kommt das schon durch ja aber sie ist nicht das hauptthema natürlich das stimmt schon die schreibt ideal wäre ebenso gut eine frau leben zu können wie einen mann einfach ein menschliches wesen ohne angst ohne zwänge ohne verpflichtungen wird die zuschreibungen hinzufügen und das ist für mich so ein absoluter kernsatz eben auch in anderen geschlecht ja auf der anderen seite und da finde ich dann da spürt man die 40er jahre halt schon noch sehr stark wenn sie dann sagt ein transvestit bleibt auch ein transvestit auch wenn er frauenkleider anzieht oder wird nicht anders sein und da ja das ist 40er das ist so ja ja aber ausklammern tut sie es eigentlich nicht ich war nämlich wirklich erstaunt mit welcher klarheit sie da dinge auch anspricht ja also wenn sie dann sagt irgendwie und der urinstrahl da nicht weiter im text weiß ich nicht und die karotte oder keine ahnung ja ja ich fand das sehr erstaunlich also sie war sehr offen und sehr frei ja 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 also zu der zeit war das ja auch als sie das buch überhaupt geschrieben hat war ja der größte der größte tabubruch eigentlich so offen über sexualität zu sprechen ja und von sich auch zu sprechen dabei und das hat ja mehr die menschheit beschäftigt zu der zeit als überhaupt was im text wirklich stand ja 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 genau und du sagtest gerade das waren die 40er und das war ja nach kurz nach dem krieg war sie in der sie das buch geschrieben hat und darüber sind jetzt 70 jahre vergangen gibt es gibt ja wahrscheinlich ich hätte jedenfalls nicht so viel weil ich auch da gar nicht unterwegs bin auf diesem gebiet gibt es kritische auseinandersetzungen mit dem was sie geschrieben hat guckt da jemand auch so ganz kritisch drauf so das hat sie nicht gut geschrieben das hat sie nicht gut behandelt gibt es überhaupt jemanden der sich das anmaßen kann das kritisch zu hinterfragen oder zu beleuchten also mir ist jetzt ad hoc nicht präsent was schon ist ist quasi man sagt okay man baut darauf auf also wie eben war das standardwerk genau der zweite wird die 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 zweite feministische bewegung in den späten 70er und 80er jahren auf der ersten aufbaute simone de beauvoir genau in der mitte dieser zeitleiste heute eben junge wie laurie penny zum beispiel auf dem was davor schon gedacht wurde aufbauen und das finde ich ist aber auch etwas was eine ganz normale entwicklung ist ja dass man das werk der der vorgängerinnen sich eben ansieht sich zur eigenen gesellschaftlichen situation gedanken ja und von da aus daneben weiterdenkt ja ich habe gerade gelesen dass margarete schukowski die wir zwei zwei mal hier hatten und auch laurie penny die war auch schon markenburg eingeladen hatten die auch ihre arbeit darüber geschrieben hat über simone de beauvoir also gibt ja immer viele bereiche so wie du über das schreiben ich ihr angenähert hast also ihre entwicklung als autorin ja kann man ja auch natürlich jedes andere thema beleuchten und sich anschauen und weiterentwickeln und denke das wird auch immer ein werk bleiben was so eine größe hat dass man sich daran immer abarbeiten kann noch ich ja auch wirklich eben erst so einen eine an menschenleben später ja ja und für mich wäre es einfach wünschenswert dass die gerade durch ihr werk auch noch lange in den nachfolgenden generationen präsent jetzt nicht nur das andere geschlecht nicht nur die memo an sondern auch im literarischen ja mit dem was sie sonst noch geschrieben hat was sie publiziert hat sie hat ja auch auf einen eine sendung gemacht glaube ich ja oder ein theater radio irgendwas sie war ja sehr vielseitig auch unterwegs und ist ja auch viel gereist hatte glaube ich auch reisebeschreibungen hinterlassen und ich glaube auch dass das dass dieses thema so lange wie es uns jetzt schon jahrhunderte und jahrtausende beschäftigt ja leider nicht irgendwann obsolet ist und wir da weiterhin am ball bleiben müssen mit diesen traditionen zuschreibungen und auch wenn ich jetzt merke dass in den 30 jahren in denen ich diese arbeit jetzt mache auch schon gerade jetzt die junge nachwachsende frauengeneration vieles anprangert oder auch nicht mehr hinnimmt also die metodebatte wie sie ja quasi in den 40er jahren mit diesem buch schon mal angestoßen hat durch das andere oder das weite geschlecht das letzte drittel ist ja viel auch wo frauen über ihr eigenes leben über ihre erfahrungen reden und das haben wir jetzt auch gerade in der jüngsten vergangenheit der aufschrei wenn ich an einem zurückdenke an dieses buch die auch schon wie wir auch schon eingeladen hatten nach magdeburg und die schon hier war also sind wir auf dem weg aber es ist trotzdem noch ein weites feld und es für jede einzelne für jede frau und für jede für jeden menschen immer wieder wichtig die eigene erfahrung umzusetzen in diesen kontext der heißt die gesellschaft formt mich oder will mich überformen und ich muss immer wieder mich daraus hervorschälen und sagen ja ich bin eine frau aber ich muss nicht mutter sein oder ja ich bin eine frau aber ich muss nicht mit einem mann leben oder ja ich bin eine frau ich ja habe möchte karriere machen wie auch immer ja also diese ansprüche die gestellt werden die natürlich auch in gewisser weise an männer gestellt werden die aber davon ja im größten teil profitieren oder drehen wir das ganze um und sagen wir es positiv diese grandiose chance zu haben sich einzubringen in die gesellschaft in die politik die mitzugestalten am ruder zu sein und nicht gerudert zu werden ja genau das finde ich ist eine herausforderung aber es ist auch ein beglückendes erleben wenn es gelingt super schönes schlusswort oder lassen wir das so stehen gut ich danke dir ich danke für die diskussion ja das war's erstmal wenn sie noch weitere informationen möchten also es gibt ja neuerdings alles im netz nicht neuerdings schon sehr lange und es gibt auch eine schöne seite die ich ihnen besonders ans herz legen möchte das ist oder bauer www oder bauer so wie oder collage da kann man ganz viel über das leben von simon de boire nachlesen auch über dass sie kein käse mochte oder verschiedene andere dinge die man so sonst gar nicht liest in ihren büchern und das buch hat hier ja korbik geschrieben die wir auch schon vor einigen jahren glaube ich in magdeburg hatten und das war für mich auch sehr erinnig damals und eine sehr schöne lektüre viel spaß noch beim lesen